Gläubige werden in die Familie Gottes aufgenommen, wir Christen sind Erben des Reiches Gottes. Wir sind keine Sklaven, aber wir sind Söhne und Töchter des Höchsten Gottes, die beauftragt wurden, den besten Platz in seinem Königreich einzunehmen. Wir sind Gottes Bonafide Kinder, wie die Schrift erklärt, jetzt sage ich, dass der Erbe, solange er ein Kind ist, sich überhaupt nicht von einem Sklaven unterscheidet, obwohl er Herr über alles ist, sondern bis zu der vom Vater festgelegten Zeit unter Vormund und Verwalter steht. Trotzdem waren wir als Kinder unter den Elementen der Welt in Knechtschaft. Aber als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn aus, der von einer Frau geboren wurde, die nach dem Gesetz geboren wurde, um diejenigen zu erlösen, die unter dem Gesetz standen, damit wir die Adoption als Söhne erhalten. Und weil du Söhne bist, hat Gott den Geist seines Sohnes in deine Herzen gesandt und gerufen, aber, Vater, deshalb bist du nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn, und wenn du ein Sohn bist, Dann ein Erbe Gottes durch Christus, Galater 4, 1-7, Lektion, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist gesandt, um die Aufnahme von Christen in seine Familie zu bestätigen. Daher werden Christen durch ihr Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus als Kinder Gottes bestätigt. Die Gläubigen haben jetzt Zugang zu Gottes Segen. Mit der Verwendung des Namens Jesu können Christen allen Dingen befehlen, für sie richtig zu arbeiten. Noch wichtiger ist, dass die Gläubigen an Jesus Christus himmlisch gebunden sind und am Ende eine unvergängliche Krone der Herrlichkeit erhalten. Gebet, lieber Gott, ich preise deinen Namen dafür, dass du mich durch mein Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus als deinen Sohn, deine Tochter adoptiert hast. Ich lobe sie dafür, dass sie meinen Status von Sklaverei in Sohnschaft geändert haben. Seit meinem Bekenntnis zu Jesus Christus bin ich ein Kind Gottes geworden, und mein Name wurde in das Buch des Lebens geschrieben. Lob Gott, der Himmel ist mein Zuhause. Ich übergebe dir heute, morgen und für immer mehr mein Leben. Danke Jesus Christus für deine rettende Gnade. Amen.